R-E-W-I-N-S-I-D Ich liebe dich Nein, flieeeeeeeen Doch wir sollen nicht teilsamachen Ciao meine liebe Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Mit dabei ist heute die liebe Lieblingswaffe von allen und zwar Herr Bergmann. Das Freund Sturmwaffe. Hey, hey, ho Leute. Na, so redet Herr Bergmann gar nicht. Hey, hey, ho Leute. So redet Herr Bergmann. Ich wüsste nicht, ich wüsste nicht. Leute, wir haben uns heute was Besonderes ausgedacht. Und zwar hab ich mal wieder meinen guten alten Freund Lebeband und meinen guten alten Freund Sturmwaffe dabei. Wir wollten heute eine Runde Master wieder spielen. Kleben wir einfach unsere beiden linken Hände einfach mal aneinander. Also meine linke und deine rechte. Das heißt, ich hab Probleme mit der Tastatur und du mit der Maus dann später. Denn wir wechseln uns später nochmal ab. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch lustig, wenn wir uns dann umsetzen. Wird eine spannende Runde, Freddy. Wie sollen wir uns denn umsetzen dann? Wir sind für immer zusammen. Wir haben nichts mehr was, was losgeht. Ich geb dir einfach die Maus dann rüber. Weißt du, was ich meine? Bin gut, mit links hin. Bist du echt? Ja. Wirklich? Ja, ja, klar. Okay. Komm mal her. So, warte. Ich klebe das natürlich schön über meinen Pulli. Schade, ich wollte es dir direkt in die Arme machen. Ich habe schon keine mehr, weil wir so viele Tannisters gemacht haben. Echt jetzt? Warte, da haben sie doch laut gerufen. Da hat wieder jemand rumgeschrien. So, Leute. Ufo, ja. Ufo, noir. Ufo, noir. Ufo, noir. Gut, fangen wir mal an. Nur mit uns. Weitens war bis jetzt, aber es ist ein heftiger Januar. Warte, Freddy. Rass du dich so aus. Hallo, Ufo, noir. Freddy, bleib ruhig. Freddy, bleib ruhig. So, warte. Jetzt müssen wir nämlich... Jetzt muss nämlich... Och nee, das ist wie dieser Film mit dem Geist und so. Weißt du? Jetzt muss deine Hand... Oh nee, auch nicht geklappt. Warte mal. Das ist... Wir schreiben... Wir sind gerade www.lewaffelstore.de. LeWaffel... Hat nicht geklappt. Hier war ja auch ein Hechtnick davor. LeWaffel. LeWaffel. LeWaffel Store. Oh. Ja, wurde zensiert, ne? LeWaffel ist wahrscheinlich eine Porto-Seite. LeWaffel Store. LeWaffel. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen mal die Runde rein. Wir spielen das jetzt hier so gemeinsam. Ihr seht das hier. Meine Hand liegt quasi auf Freddy's Hand. Warum? Es ist einfach nur geil. So, Leute. Wir spielen wieder eine Runde Master Builders. Ach Freddy, das ist alles in Ordnung. Eigentlich kann ich ja noch ein bisschen mitsteuern jetzt, indem ich halt einfach auf deine Finger drücke. Ich will jetzt einfach nur noch... Du hast im Prinzip jetzt einfach eine Challenge gemacht, wo meine Fett-Sandwich-Hände irgendwie jetzt hier so irgendwie dein... Ja, so geil. Das fühlt sich nicht okay an, Alter. Das ist wie so Kontrollverlust, Alter. So richtige Berlin-Party, wo du nicht mehr weißt, was du machst ab 4 Uhr morgens. Meine Freunde von mir, ich nicht. Das ist Berlin-Party. Berlin-Party. Gut, nie gehört. Keine Ahnung. Ich wohne auch nicht hier. Warum hast du deinen Feel of You so hoch? Mach mal auf 90. Äh, mach auf normal. Ist nicht normal. Mach auf normal. Kann ich nicht. Das ist nicht normal. Das ist normal. Das ist nicht normal. Ich bin PvP-Legende. Du bist gar keine PvP-Legende. Natürlich. Weißt du, wen die am liebsten gucken? Alphastein. Alphapopo. Echt jetzt? Ja, ja. Ach Gott. Kindergartenkinder. Ja, ja. Kindergartenkinder. Wie alt sind die? Äh, 8. Ne, die waren 2. Klasse. Aber die gucken Alphapopo. Ja, der hat immer gesagt, Lieblings-Youtuber ist Kong-Krafter und Alphapopo. Echt jetzt? Ja, ja. Kong-Krafter. Oh Mann, Alter. Und dann hat er, meinte ich so, und guckst du auf Paluten, hat er gesagt, ja Paluten auch und Arazul. Und Revinzert? Ne, kannte er nicht. Kannte er nicht. Und dann meinte er, meinte ich so einen Sturmwaffel, der so, was ist das? Und dann hat er so meinen Kanal geyoutubt und dann hat er gesehen, dass ich viele Abos habe und danach war er ganz nett zu mir. Ah, okay. Gut, Freddy, wir bauen, wir bauen einen Schneeball. Hör auf, bitte. Freddy, stopp. Du musst aufhören. Hä, wie hast du denn das Inventar bekommen mit deiner... Ich bin mit E. Bin ich jetzt hier. Ich hab auch meine Finger. Das wird irgendwie sehr warm. Ist egal. Das ist ein bisschen schwitzig gerade. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich hab dich. Alles gut. Hier, ich streiche dich auch ein bisschen zwischendrin. Ich will das nicht mehr. So, Freddy, jetzt müssen wir uns in den Schneeball fight down. Ich fühle mich nicht vernünftig gerade. Warte. Ja. Och Gott, wo ist denn jetzt hier? Mann, Alter, das ist... Das mach ich nervös. Nein, du hast meine Hand zu streichelt. Alles gut, alles gut. Oh, das ist nicht okay, Alter. Ist doch... Ich ruf jetzt wen an, ich brauche einen Telefonjoker. Du brauchst einen Telefonjoker. Ist es so schlimm? Ich bin es als Mutter. Warte, ich... Ich mach das mit deiner Hand jetzt. Ich sitz jetzt hier neben. Ist es so unangenehm, ja? Ich kommentier das jetzt. Okay. Hallo. Pass auf, wir machen jetzt, guck mal, hat Kenny von South Park, hat der einen roten an? Einen roten Pulli an? Einen roten? Hä, Snowball Fight? Ja. Also, weißt du eigentlich, wer... Kennst du South Park, den Mystery Man da? Nee. Fuck, wie heißt denn das? Ich weiß auch... Wo Eric Cartman der Coon ist und dann gibt es doch immer noch Mysterion. Ja. Weißt du, wer das ist? Kenny. Echt jetzt? Wirklich, ja. Danke, dass du mich gespoilert hast. Hä, warum? Das weiß man. Nee, also ich wusste das nicht. Das steht in Wikipedia. Aber ist okay. Warum kann man das nicht mehr reindrehen, das Headset? Ähm, das habe ich kaputt gemacht. Warum? Weil ich böse bin. Weil ich böse gewesen bin auf Minecraft und dann passiert sowas. Ich höre dich jetzt bauen. Ja? Guck, ich bin Teil des Teams. Okay, sehr gut. Soll ich nochmal lenken? Ja, mach mal. Kann ich auch, guck. Warte, mach... Geh du mal runter mit deinen scheiß Fingern. Wie fühlt sich das an für dich, ne? Eigentlich... Wie fühlt sich das an für dich, wenn ich so auf deine Finger drücke? Ich hab's echt schon... Auf deine kleinen Knöchelchen gedacht, ne? Da ist nicht mehr viel dran. Merkst du das, wenn bei mir die Fettschicht durchsiebt und dann auf deinen kleinen Knochen drückt, Alter? Das ist einfach ein Loch, Alter. Das ist einfach so ein geköpfter Typ, der so ein Loch ist. Und da hängen einfach so zwei Arme runter. Nein, der wirft den Schneeball, Alter. Jetzt warte doch mal ab, Dicker. Der wirft gar keinen Schneeball. Warum ist da eine Perücke? Was hast du für ein Texture Pack drin, Alter? Das ist ein Perückentexture Pack. Was ist das denn? Das ist ein schönes Texture Pack. Junge, guck mal, was ist denn da unten das Rechts, Alter? Bist du ein Pfarrer oder was? Habt ihr irgendwie so ein Papstding nachgespielt auf einmal? Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Was tust du? Ne, warte mal ganz, ganz ruhig jetzt hier. Das ist doch kein Mensch mehr, Rehvi. Ja, natürlich. Guck. Das ist kein Mensch. Natürlich ist das ein Mensch. Was soll das sein? Das ist Kenny von South Park. Das ist überhaupt nicht Kenny. Natürlich ist das Kenny. Weißt du, wer das ist? Oleg. Oleg. Oleg von Schmauspark, Alter. Das ist die russische Kontraserie. Schmolek. Schmolek, Alter. Schmolek gegen Oleg. So, guck mal hier, der hat Schnee in der Hand, so. Und wirft schon so einen Ball. Ist doch geil, oder? Geh mal deinen Fingern wieder hier drauf, Freddy. Mir ist es inzwischen mal einig. Komm, ich baue weiter. Gib mir mal die Maus. Okay, warte, ich gebe dir die Maus. So, jetzt musst du noch den zweiten Kontrahenten bauen. Ich mach den Kontrahenten jetzt. Okay, bist du bereit? Ja. Ja, achso, ich muss ja erstmal runter. Ja, ich wollte gerade sagen. Dankeschön. Vielleicht eine andere Farbe, oder? Ne, ne, das ist der Kontrahent hier. Auch in Rot. Ja, ja, das Rot gegen Rot. Mal kennst du das. Warte, ich will das ein Bein. Ja. Machen wir weiter nach vorne. Tu ich deine Hände wieder drauf. Ja, okay. Ich, ich hab dich, ich hab dich. Alles gut. Okay, warte. Ich steuere jetzt wieder Freddys Fingers. Extrem geil, Mann. Ich fühl... Ach, Junge. So. Drücken. Drücken. Genau, weiter drücken. Weiter, schön weiter drücken. Warte, ich muss runter. Ja. So, und dann... So. Glaubst du, dass wir irgendwas damit erreichen werden? Klar. Irgendeine Runde? Ein Sieg, natürlich. Dann brauchen wir noch eine Runde. Das ist ja auch noch, aber brauche ich hier noch 10 Minuten. Ist der Lifehack? Ufo Noir! Ufo Noir! Ufo Noir! Kein Geld, aber Abos! Kein Geld, ist mehr da. Egal, egal. Ich weiß nicht mehr, wohin jetzt, Revy. Das ist das Problem. Also hoch. Du bist der Baukönig. Du musst mir... Mach du mal. Mach du deine Anweisungen da, wo es hin muss. Also es sind sehr schmale Beine, aber es muss ja auch nicht perfekt sein. Hat ein Loch im Bauch, ne? Ja, okay. Noch eine Minute Zeit. Ist okay, ist machbar. Also ich würde mich jetzt nicht stressen lassen von der Uhr. Ja. Das habe ich schon da noch hin. Ja, so. Und jetzt würde ich noch zwei Arme machen. Zwei Arme. Zwei Arme, okay, ja. Oh, Alter. Okay, ja. Einen Arm, ja. Ja, das ist nur Arme. Jetzt nimmst du das hier. Den Block, ja, genau. Ja, okay. Packst die vorne dran. Ja, sehr schön. Und da auch noch? Der ist halt ein bisschen... Ja, der ist so, der zerzelt sich ab. Warte mit dem. Ja, mit... Nee, nee, passt auch. Ja, ist ein kleiner Kopf. Auch alles gut. Und jetzt brauchst du den Schneeball. Schneeball, ja, kann ich. So. Ja, und jetzt brauchst du hier nochmal. Warte, ich hab noch eine Idee. Darf ich nochmal die Maus ab? Nee, der geht nicht mehr. Okay, so. Ja, das ist jetzt eine Pistole. Jetzt geh mal hier auf den Diamanten. Okay, Diamant. Und dann? Ja, drück mal drauf. Rechtsklick. Jetzt gehst du auf Partikel. Partikel. Jetzt nimmst du hier die Schneepartikel. Da. Welche? Schneepartikel. Okay, ja, hab ich an. Jetzt setzt du die hier überall an seinen Kopf hin, weil der ist ja ganz in Schnee eingehalten. So, hier? Alter, als ob du so ein genialer Genie bist. So. Du bist ein richtiger. Du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr machen. Ach so. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, wir sind fertig, oder? Uh, vor nur... Nee, ich will klatschen. Die jamesische Zwillinge, wie schwer die es haben, ne? Stell dir mal vor. Vor allem, wenn die masturbieren und an zwei Körpern, werden wir gewinnen. Nee, bitte, ich brauch das gerade. Nein, ich... Heidi Klum, Heidi Klum. Meine Freunde, ich hab mich sitzen lassen. Ich hab gerade... Ich war dabei. Ich hab gerade eine Brust gesehen in der Free-Roll-Erbung. Und dann hängt da nur noch so eine Hand nachher mit. Stell dir mal vor, du wickst in die andere Hand. Okay, Freddy, jetzt geht's ans Bewerten. Achtung, es geht los. Okay, fände ich gut. Was ist das? Das ist doof. Das ist Zombie. Das ist gar nicht doof. Deswegen würde ich das machen, das ist gut bewerten, weil es Zombie ist. Das ist richtig gut. Guck mal, das ist eine Elfe. Das ist gar nicht Zombie. Zombie-Elfe. Das ist echt Malanuda. Nice. Kann man einfach mal schreiben. Sie wird sich auf jeden Fall darüber fragen. Nice, bist du sicher? Malia F. Okay. Das mit Burg, mit Schneebänner. Aber die Idee ist süß. Ja, die Idee ist süß, aber trotzdem... Nee. Also, tut mir leid. Eigentlich mal Eiserkrieg. Ihr erkennt ja nicht mal Schnee... Ach halt, komm, deine Augen blumen noch gar nicht. Aua! Erkennst du hier eine Schneeballschlacht, Freddy? Ouf, oh nois. Ouf, oh nois. Ouf. Okay, was haben wir hier? Ich habe noch so einen Lappen. Ich spiele die Hand nicht mehr seit 10 Minuten. Sehr gut. Aber guck mal, das ist aber schon... Da sind wenigstens Menschen drin. Ja, da kann man mal ein It's Okay. Ja, echt? Das ist jetzt nur okay, aber mit der Burg... Warte, alles gut. Alles gut. Okay, es geht weiter. Hey, guys. Das war SoCooRadio hier. We have a new remix. Remix. Folgt Revis Soundcloud-Remix. Weil hier steht immer so cool. Ach so. Ja, kann man mal. It's Okay, ne? Tut deine Hand echt so weh? Lass mal locker, lass mal locker. Nein, ich will... Ah! Pass mich an. Oh Gott, kribbel, kribbel, kribbel. Ah, kribbel. Wo kribbelst du? Da unten? Nein, nein. Wenn man da unten mit meiner Hand mit unserer Hand hin geht. Nee, das geht nicht. Nein, lass doch auf. Mich kratzt aber. Der heißt einfach Mistmoder 1. Das war mein Vater. Regen hat gerade getwittert, hat in einer schönen Community rumgekommen. Erstmal Mistmoder 1. Ich guck ihn dir an. Einfach Mistmoder. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Er weiß auch direkt, dass du die richtigen Preu ist darüber. Guck ihn dir an, guck ihn dir an. Mistmoder. Das ist die in den letzten drei Jahren. Michael hat sich kein Stück verändert. Mistmoder 1 steht auf dem Pimpel. Von mir ist das wohl. Mistmoder 1. Wer hätte es gedacht? Oh, das ist süß. Das ist richtig süß, Alter. Aber warum gucken die zwei Männer der Parkbank zu? Ja, die sind Schiedsrichter. Ach so, klar. Hattest du auch früher mal bei Schneebergsland, oder? Ich habe immer einen Schiedsrichter mitgebracht. War der nice. Hat er genug geschrieben. War der nice. Übel. Übel da ist. Ich komme gar nicht mehr klar, Mann. Kennst du Steinmenschen bauen? Ich weiß jetzt nicht. Oder Schneemensch bauen. Ich weiß jetzt nicht. Also wo ist das Gesicht? Das ist das. Ist das der Arsch? Das ist das Popo-Gesicht. Ist das das Schwanz? Ja gut. Warum ist das denn kaputt gegangen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich möchte nie wieder Challenges mit Klebeband machen. Ey, das ist schon geil, Alter. Das ist gut. Wow. Wow. Ich würde es erst mal gut bewerten. Ja, das stimmt. Guck mal hier. Der du vieler, der ein Kind mit Schnee bewirft. Was steht hier? Safe to world. Man kann es ja mit Ketchup rasieren. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was mit Ketchup... Das Stilett Abdi. Er kommt zurück aus dem Nichts, Leute. Was ist denn aus Minecraft geworden? Ja, das hier. Das Stilett Abdi. Was ist denn aus Minecraft geworden, Junge? Was ist denn das? Minecraft wird das einfach zerstört. Das reicht nicht. Die Leute haben sich eingefunden. Ach, haben wir noch gewonnen. Nee. Das ist aber unfair. U, 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 Faux, Noir. U, Faux, Noir. U, Faux, Noir. Achtung, 3, 2, 1, Double Depp. 3, 2, 1. Das geht sogar. Ich werde echt ein bisschen anders. 3, 2, 1. Und jetzt die andere Richtung. 3, 2, 1. Geht nicht so gut. Aber so rum geht gut. Aber... Nee, komm. Einmal Depp, komm. Ich gebe dir 3, 2, 1. Okay, Leute. Das war's noch nicht für den wunderschönen Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Dann machen wir das nächste Mal die Not My Arms Challenge. Kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Freddy und ich sind jetzt auf ewig aneinander geklettert. Wird eine schöne Zeit. Freddy, ich hoffe, wir gehen jetzt zusammen duschen. Das war's. Lasst einen Daumen nach oben da. Schau für Sturmgut vorbei. Tschüss. Tschüss. Hau rein. Du Schwein. Du Verräter. Genau. Bye, bye. Tschüss.